Neben ETFs bespare ich auch einige Aktien. Welche ich dieses Jahr im Sparplan habe, verrate ich in diesem Video. Legen wir los! Hey, mein Name ist X7 und vor kurzem habe ich vorgestellt, welche 6 ETFs ich dieses Jahr mit welcher Intention bespare. Neben ETFs habe ich auch einige Einzelaktien im Depot. Den Großteil davon habe ich über Einzelinvestments in mein Portfolio aufgenommen. Andere hingegen bespare ich regelmäßig. Und diese schauen wir uns jetzt an. Grob gesagt können wir meine Aktiensparpläne in 4 Kategorien unterteilen. Kategorie 1 sind Dividendenaktien, die ich über einen langen Zeitraum unabhängig vom aktuellen Kurs bespare. Damit reinvestiere ich sozusagen selbstständig die ausgeschüttete Dividende plus Betrag X, um langfristig ein solides, passives Einkommen für das Alter aufzubauen. Die konkreten Aktien stelle ich nach der Erklärung der 4 Kategorien vor. Kategorie 2 sind qualitativ hochwertige und profitable Wachstumsaktien, die sehr selten nachgeben und dementsprechend immer zu teuer sind. Ich glaube, wir alle kennen solche Aktien, die man gerne im Depot hätte, aber nie einen guten Einstiegszeitpunkt gefunden hat. Um dem entgegenzuwirken, bespare ich solche Aktien für einige Monate, um eine kleine erste Position aufzubauen. Falls ich nach der Zeit im Minus bin, kann ich endlich günstiger in die Aktie einsteigen, die ich seit Jahren wollte. Und falls ich im Plus bin, muss ich mich nicht mehr ärgern, dass ich den Einstieg verpasst habe. Also Win-Win-Situation. Wenn ihr eine solche Aktie für euch kennt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Kategorie 3 sind Aktien, die meiner Meinung nach fair bepreist sind. Aufgrund der aktuell hohen Volatilität möchte ich allerdings nicht per Eimer-Investment einsteigen. Deswegen nehme ich mir beispielsweise 200 Euro pro Aktie und lasse den Sparplan erst einmal 6 Monate laufen, um kontinuierlich in den Titel einzusteigen. Kurze Unterbrechung für eine wichtige Mitteilung. Seit mehr als 2 Wochen gibt es einen Fake-Account auf Instagram, der mich kopiert, in meinem Namen Leute anschreibt und diese scammen möchte. Achtung! Der Account hat 1 zu 1 alles von mir kopiert, also alle Posts, alle Stories, alle Highlights, alles. Nur im Namen gibt es einen kleinen Unterschied. Er hat das kleine i ersetzt. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr diesen Account melden würdet. Das haben auch schon einige gemacht. Vielen Dank dafür. Aber Instagram hat bisher leider noch absolut gar nicht reagiert. Das ist einfach nur traurig und mir sind leider die Hände gebunden. Ich möchte euch an dieser Stelle hier einfach noch einmal warnen. Zurück zum Video. Zu guter Letzt Kategorie 4, die heute von geringerer Bedeutung ist. Aber vollständigkeitshalber erwähne ich sie hier. Um Aktien, die bereits in meinem Depot sind, nachzukaufen, weil sie entweder unrechtmäßig zu stark eingebrochen oder mittlerweile fair bepreist sind, nutze ich auch die Sparplanfunktion. Das sind allerdings Sparpläne, die ich einmal ausführen lasse und danach direkt wieder lösche. Es kann natürlich sein, dass ich die gleiche Aktie 2 Monate hintereinander bespare. Das entscheide ich allerdings immer erneut einen Tag vor Sparplanausführung. Das waren meine Kategorien. Kommen wir nun zu den konkreten Aktien, die ich aktuell bespare. Momentan bespare ich monatlich 4 Dividendenaktien. Dazu zählt der Dividendenkönig Johnson & Johnson. Der weltweit tätige Pharmazie- und Konsumgüterhersteller steigert die Dividende seit 61 Jahren und hat aktuell eine Dividendenrendite von 2,7%. Weder die Weltfinanzkrise 2008 noch die Corona-Krise 2020, verrückt, dass das schon wieder drei Jahre her ist, hat einen Einfluss auf die Dividendenausschüttung. Spannend finde ich vor allem die geplante Aufspaltung. Für alle, die es nicht wissen, voraussichtlich Ende 2023 soll die Konsumgütersparte von der Pharma- und Medizintechnik-Sparte getrennt werden. Dividendenaktie Nummer 2 ist Procter & Gamble. Der Konsumgüterhersteller zählt zu einem Unternehmen mit der längsten Serie an Dividendenerhöhungen. Seit ganzen 67 Jahren steigert P&G kontinuierlich die Dividende und kommt aktuell auf eine Dividendenrendite von etwa 2,6%. Wir bleiben in Amerika und kommen zu PepsiCo. Der Lebensmittelkonzern steigert seit 50 Jahren die Dividende und kommt aktuell auf eine Dividendengandite von 2,8%. Im Gegensatz zur Coca-Cola hat sich der Kurs in den letzten Jahren auch deutlich stabiler entwickelt. Das war's mit Amerika, ab geht's nach Dänemark zu Novo Nordisk. Das Unternehmen war übrigens die beste Aktie in meinem Community-Depot und ist letztes Jahr über 50% gestiegen, während es für die meisten Aktien natürlich deutlich schlechter aussah. Dementsprechend liegt die Dividendengandite mittlerweile unter 2%. Bei dem Kursanstieg stört mich das aber absolut nicht. Novo Nordisk steigert seit 21 Jahren die Dividende. Weiter geht es mit den qualitativ hochwertigen Wachstumsaktien, bei denen mir der Kurs sozusagen davon gelaufen ist. Drei Stück bespare ich aktuell. Dazu zählt der Mischkonzern Danaher, das Gesundheits- und Versicherungsunternehmen United Health und dir, der führende Hersteller von Landtechnik, der auch führend im Bereich der Automatisierung und Autonomisierung für die Präzisionslandwirtschaft ist. Alle drei Aktien haben sich seit dem Corona-Einbruch im März 2020 verdoppelt. Es gab zwar immer wieder kleine Schwächephasen, die habe ich auch genutzt, um beispielsweise in dir erneut stark einzusteigen. Nichtsdestotrotz ist mir der Kurs immer wieder davon gelaufen und ein aktuelles KGV von 17,8 finde ich für die Zukunftsperspektive nicht zu teuer für einen Sparplan. Kommen wir zum Schluss, zu Kategorie drei Aktien, in die ich langfristig einsteigen möchte. Aktuell bespare ich hier zwei Stück. Zum einen Scottish Mortgage Investment Trust, das ist einer der größten Equity Funds Großbritanniens. Besonders hierbei ist, dass ich die Aktie und nicht den Fonds direkt kaufe. Investiert wird ausschließlich in Wachstumsaktien, profitabel und nicht profitabel, Börsen gelistet und nicht Börsen gelistet. Dementsprechend ist dieser Fonds nach einer rasanten Rallye stark eingebrochen und meiner Meinung nach aktuell sehr attraktiv für einen langfristigen Einstieg. Disclaimer, ich bin natürlich investiert und das Teil ist schon ziemlich riskant. Und zum anderen bespare ich CSX und obwohl dieses Unternehmen 62 Milliarden Euro schwer ist, ist die Aktie eher unbekannt. Deutlich bekannter ist der Mitbewerber Union Pacific. Bei beiden geht es um schienengebundene Transportdienstleistungen, also Infrastrukturaktien mit gigantischen Burgräben, die aus 21.000 Meilen langen Schienennetzen bestehen. Um den Bereich auszubauen, Union Pacific hatte ich schon einige Jahre im Depot, habe ich mich nun für CSX entschieden. Das waren meine Aktien, die ich dieses Jahr bespare. Du kannst gerne in die Kommentare schreiben, welche Aktien du aktuell besparst. Das würde mich sehr interessieren. Dann hoffe ich, dass es euch gut geht und wir uns in einem zukünftigen Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.